Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Speak Metal, der Heavy Podcast. Mein Name ist Jasper und mir gegenüber sitzt heute nicht der Stefan, denn wir sind über das Internet verbunden und mit dabei ist dieses Mal außerdem der Lars. Hallo Jasper, hallo Lars. Nein, alles gut. Hallo Jasper. Ja, ich dachte mir schon, das wird ein bisschen seltsam. Es ist die erste Folge, in der Jasper und ich uns nicht in Persona gegenüber saßen und jetzt ist noch eine dritte Person dabei. Ich bin verwirrt, aber das wird gut. Ich finde, das wird gut. Ja, hoffentlich. Also Lars hat uns das ja eingebrockt. Er hat sich das selbst eingebrockt. Er hat einen Vorschlag gemacht. Ja, da muss er jetzt mit durch, leider. Es tut mir auch nicht leid dafür, also ich werde jetzt sehr viel Spaß mit euch haben. Definitiv. Das hoffen wir. Lars, dann stell dich doch mal vielleicht kurz vor. Ha. Ja, also ich bin der Lars, komme aus Hamburg, 26 Jahre alt, leidenschaftlicher Zocker und leidenschaftlicher Wackengänger, Konzertgänger. Und deswegen haben wir auch das heutige Thema, was nämlich diese beiden Leidenschaften dann verbindet, nämlich Zocken und Metal. Richtig? Richtig. Weil das... Kurz aus der Hüfte geschossen, deine drei Lieblingsbands vielleicht zum Kennenlernen? Meine drei Lieblingsbands, das sind einmal Motorhead, ganz stark, das habe ich mir auch am Abend tätowieren lassen, Avantasia und Blind Guardian. Das passt doch. Ah gut, dann kann man das schon mal so ein bisschen einschätzen vielleicht. Dann hast du vielleicht noch ein kleines Problem mit Stefan, der den Power Metal bekanntlich sterben lassen möchte. Wenn die Welt ansonsten droht unterzugehen. Ich bin es dir. Ja, ja, ja. Da müsst ihr beide mit klarkommen. Ich komme mit Motorhead klar und klar. Wir werden uns schon lieb haben. Ja, alles gut. Ja, also wird schon schief gehen. Bevor wir ins Thema einsteigen, wollte ich noch kurz über zwei Songs sprechen, die gerade ganz frisch rausgekommen sind. Einmal die zweite Dimo Borgia Single vom kommenden Album. Ja, was sagt ihr? Also ich sage, ich habe nur kurz sporadisch reingehört und war enttäuscht, dass es nicht so lustig war wie die erste Single. Also weder Song noch Video. Ich fand aber dieses Schamanen-Gelöts-Beschwörungsgesangs-Zeug ganz gut eigentlich. Das hat irgendwie gepasst. Das war gar nicht so peinlich, wie es hätte sein können. Ich habe tatsächlich bei beiden Songs für mich festgestellt, dass sie viel besser funktionieren, wenn man sich das peinliche Video dazu nicht anguckt. Das mag sein. Also so als kleiner Tipp, einfach nur die Musik laufen lassen, nicht das Video angucken, das hilft. Also Borgia hat mir mehr gefallen als Bullet Formal Valentine. Also Bullet Formal Valentine bin ich total raus. Genau, das war der zweite neue Song, der jetzt da kam. Der erste von der neuen Bullet Formal Valentine-Platte. Over It heißt der Song. Ich fand den irgendwie so langweilig produziert irgendwie. Ach, ich weiß auch da oberflächliches Hören. Ich bin ja der Band nicht ganz abgeneigt. Das war ja auch eine meiner Teenie-Bands so mit dem ersten Album da The Poison und auch das zweite hier fand ich auch noch gut. Aber der Song ist echt so ein bisschen, die machen ganz lustige Sachen an der Gitarre, aber dann wird es halt auch, ja. Der ist irgendwie langweilig, finde ich so. Also passiert halt so wenig. Da passiert nix. Also da passiert definitiv nix. Ja, und das als erstes Single, das ist irgendwie so, hä? Aber es ist ein anderer Sound. Übel slow. Ja gut, also die beiden Songs finden wir beide, wir drei finden die beiden Songs beide nicht so richtig toll gelungen, habe ich jetzt mal so rausgehört. Ach, ich bin auf die Alben aber trotzdem sehr gespannt, muss ich jetzt. Ach, nö. Also, nö. Also, ich bin auf die Alben aber eher mehr gespannt als jetzt auf Bullet for my Valentine. Ja. Ja, weiß ich gar nicht. Also ich bin da echt, ich bin auf beides sehr gespannt, muss ich sagen. Ach, das ist ja aber auch beides nix, wo ich sagen muss, oh, das muss ich mir unbedingt anhören. Da muss mich schon irgendwas kurz wegschocken, dass ich sage, geil, jetzt eine Demo-Platte, die nicht, die, ah, wie heißt nochmal das Großding? Hier heißt nochmal. Die beste. Ich weiß nicht, welche du meinst. Die Stormblast. Zum Beispiel. Die finde ich super. Ja, also ich bin echt offen für beides und mal sehen. Mal sehen. So. Dann können wir jetzt ja aber eigentlich direkt weitergehen, wenn es anscheinend nicht so viel zu den beiden Songs zu sagen gibt. Und zwar zu unserem eigentlichen Hauptthema. Spiele mit Metal und Rock in irgendeiner Form. Wo wollen wir anfangen? Ich würde als erstes vorschlagen, ich nehme direkt ein Thema raus. Und zwar diese Guitar Heroes. Und zwar diese Guitar Heroes. Das sind ja einfach nur Songs mit der Gitarre beim Spielen. Also das ist zum Beispiel nicht in meiner Liste. Nee. Aha. Und da haben wir schon einen Streitpunkt. Da haben wir schon einen Streitpunkt. Oh. Also Guitar Hero fand ich auch nie so toll, aber ich bin ein Rockband-Fan. Okay. Das war ja so ein bisschen das Konkurrenz-Ding, was auch ganz früh angefangen hat mit nicht nur E-Gitarre, sondern auch Bass und Drums und Mikrofon. Und ich habe damals, als das eine rauskam, habe ich so ein bisschen für eine Firma gejobbt, die für EA Community-Zeugs gemacht hat. Das heißt, ich war so indirekt bei EA irgendwie. Und da hatten wir zum Beispiel auf der Gamescom eine Mitarbeiterparty, wo halt die Mucke nicht einfach aus den Lautsprechern kam, sondern da stand ein Rockband-Setup, das an die PA angeschlossen war. Und dann hat sich diese Party quasi selbst mit Mucke gespielt. Ja, ohne Schicht. Und das ist so geil, weil da waren natürlich auch alle Songs dann entsprechend freigeschaltet und die entsprechenden Songs wurden dann halt auch gespielt und da waren auch die Entwickler bei und so. Und das war so geil, dass ich mich seitdem frage, warum ist das nicht irgendwie in viel mehr, na gut, in der klassischen Kneipe nicht, aber in so ein bisschen moderneren Läden, warum es sowas nicht viel öfter gibt. Falls Mario Kart, aber da fehlt auch. Aber Mario Kart kannst du nicht als Hintergrundbescheidung laufen. Also das Coole ist halt, da haben irgendwie drei, vier Leute Spaß und der Rest kann zugucken oder einfach auch nur Bier trinken, aber sie hören halt coole Musik dabei, die von Leuten gemacht wird, in Anführungszeichen, die im gleichen Raum sind. Ja, aber, also ich hab, das ist halt so Karaoke, nicht scheiße. Ja, aber, aber das kann doch scheiße werden, wenn, wenn die Leute, die da zocken, nicht gut sind, dann klingt das doch auch scheiße, oder? Also dann, dann. Nee, nicht so richtig, nicht so richtig scheiße, nee. Und es gibt ja verschiedene Schwierigkeitsstufen und so, also so komplett scheiße klingt das eigentlich nie. Ich hab, ich hab, ich hab's tatsächlich, glaub ich, einmal hab ich Guitar Hero gespielt, das war so okay, Rock Band, nee, gar nicht. Nee, also das war für mich noch nie irgendwas, äh, Guitar Hero so unbedingt, ähm, mit den Konsolen als Gitarre oder Schlagzeug oder gäb's da, glaub ich, noch so ein, wie du, glaub ich, gesagt, so ein Bandset, das war auch nie so meins. Äh, ihr habt das, ihr habt das einfach nicht verstanden, so für Partys und so, das ist super geil. Das Totschlag-Argument, ihr habt das nicht verstanden. Ja, ist so, ist so, tut mir leid. Nee, äh, ich sing's da, damit komm ich ja noch klar, nur andere, die mich singen. Nein, furchtbar. Ei, 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 ei. Ja, es ist halt, ich singe sehr gern und sehr laut und sehr inbrünstig und sehr falsch, deswegen hab ich da sehr viel Spaß und alle anderen müssen immer sehr schlimm drunter leiden. Das, aber das find ich schon deswegen scheiße, weil das Coole an Rock Band ist halt, du bist halt wirklich dann ne Band, weißt du, du spielst halt wirklich zusammen und machst zusammen dann im Idealfall coole Mucke. Und die Rock Bands hatten auch immer ne echt gute Metal-Auswahl, so. Aber gut, da, äh, komm ich euch wahrscheinlich, äh, nicht bei mit. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Also tatsächlich hab ich das wie Lars eigentlich auch schon ein bisschen eher instinktiv ausgeklammert und mehr so in die Richtung gedacht, äh, Games, die irgendwie Metal sind, ohne explizit Metal sein zu wollen. Dann wiederum Games, die Metal sind, weil sie es sein wollen. Und, äh, ein bisschen Soundtracks durchaus, das ist mit drin. So war meine. Äh, ja, so weit, so weit hab ich auch gedacht. Ja. Und ich hab noch komische Promo, die ich nicht verstehe. Oh, das ist gut. Das ist doch, das ist doch vielleicht ein guter Einstieg auch, oder? Ja, äh, genau. Dann würde ich damit anfangen und zwar mit unseren Freunden von Sabaton, die ja irgendwie für World of Tanks Promo machen. Es gibt unter anderem einen Sabaton Premium-Panzer im Spiel, den man nur gegen Echtgeld dann auch kaufen kann. Den gab es. Den gab es für eine gewisse, den gab es für eine gewisse lange Zeit. Dafür haben sie auch ein bisschen Werbung gemacht. Genau, sie haben unter anderem, das ist so absurd, sie haben ein Musikvideo für das Spiel gemacht. Und zwar, äh, war das Promo Victoria. Richtig. Was ich nicht verstanden hab. Hab ich auch nicht so ganz verstanden. Die haben, glaub ich, ein, zwei, drei Songs, äh, was ein Panzer beinhaltet. Panzerkampf, äh. Panzer Battalion und Ghost Division. Das geht immer um Panzer. Zwei haben sogar Panzer im Namen. Richtig. Und da hab ich mich auch so gefragt, warum nehmen sie nicht den Song? Okay, warum jetzt Promo Victoria? Da geht's um, äh, den D-Day. Ja. Ja, also das find ich, diese ganze Sabaton World of Tanks Nummer auch deswegen halt auch schon so ein bisschen halbherzig und irgendwie so, ja, die Band hat anscheinend Bock, das selbst zu spielen so, so ist das wohl zustande gekommen. Ähm, aber irgendwie find ich das auch billig. Vor allem, weil's dann halt auch wieder so eine Premium-Scheiße ist. Ja. Mit Paid to Win. Also, das ist ja bei World of Tanks sowieso ein Problem. Ähm, ja, also, ich sag's mal so, ich hab mich ja auch schlau gemacht mit ein paar Freunden auch unterhalten über diesen Panzer, die es aktiv spielen und die sagen, der Panzer ist einfach nur scheiße, das ist ein Mittelding. Ähm, ja, das kannst du haben, hast du in deiner Collection, ähm, im Panzer sind ja halt diese Einheiten, äh, die quasi die Bandmember und die haben spezielle Fähigkeiten. Irgendwie, ne, ja. Ja. Ja, also, irgendwie find ich das eine seltsame Koop, also, hm, weiß ich nicht. Naja, also, ich sag mal, vom Markenbild her, also von beiden Markenbildern her passt's ja irgendwo, ne? Yeah, wie Arsch auf einmal. Ähm. Das ist, also, wenn nicht Sabaton und Panzer, was dann? Werbung für Nutella, das würd ich richtig merkwürdig finden. Ich hätte jetzt gesagt Sabaton und Hello Kitty, aber ich glaub, das passt auch nicht. Das könnte aber auch wieder geil sein, wenn das mit Humor gemacht ist. Das ist ja, Humor, Humor. Ja, äh. Ja, aber das wirkte irgendwie mehr so wie, oh, wir leihen uns jetzt, wir leihen euch unsere Stimmen so und dann bekommen wir irgendwie die Hälfte von dem Premium-Einnahmen aus diesem Panzer oder so. Das wird so. Das ist irgendwie, wenn ich dann zum Beispiel eher an solche Sachen denke, wie Blind Guardian, die halt irgendwie diese, die Zwerge, äh, Verspielung, sagt man das so, Versoftung, wie sagt man das, eine Verfilmung ist, wenn man einen Film aus irgendwas macht. Das ist eine Spiele-Adaption. Ähm. Also auf jeden Fall haben die ja, äh, gibt es ja auch, basierend auf die Zwerge jetzt so ein komisches Spiel und da haben sich Blind Guardian zum Beispiel stark eingebracht. Und da kam das halt... Die wurden gefragt. Ja, genau, aber da kam das halt irgendwie nicht so komisch rüber, fand ich. Nein, ähm, weil Blind Guardian auch wirklich, äh, also erstmal Power-Metal, Fantasie, Drachen, Zwerge, all so ein Blödsinn und... Ja gut, aber das ist wie Sabaton und Panzer, das passt einfach, das... Ja, das passt einfach, ja, und, ähm... Aber es passt irgendwie noch ein Stück mehr, finde ich, irgendwie... Ja, und bei dem Spiel, die Zwerge, da hatten sie ja wenigstens noch was Cooles einfallen lassen. Ich weiß nicht, ob du es mal gespielt hast, oder... Ich hab mal versucht, die Bücher zu lesen und fand die gar nicht mal so gut, äh, weswegen ich mir dann auf das Spiel geklemmt habe, tatsächlich. Oh, da weißt du ja nicht, was da drin ist, so als, äh, das nennt sich ja in den Games ja Easter Eggs, mehr oder weniger. Ja, ist das nicht so wie bei, äh, Gothic mit, äh, in Extremo? Ja, nein. Die da so ein komisches Konzert spielen oder sowas? Ähm, nicht ganz, ähm, Blind Guardian hat für das Spiel, äh, Children of the... Äh, Smythe, äh, also Kenner des Schmiedes, äh, den Song erstellt, neun, extra für das Spiel. Und, äh, im Spiel gibt es ein Easter Egg, ähm, zu Wacken, und zwar Wackenstein, äh, Wackenstein, heißt das, glaube ich. Und da befragt man halt einen Kerl, ähm, der gefangen genommen worden ist, dann kommen mehrere Gegner an, ähm, ähm, die Arena, ähm, das Gebiet ist halt wie so eine, äh, kleine Arena aufgebaut, quasi in der Mitte wäre dann die Bühne, so muss man sich vorstellen. Und, ähm, wenn man den Typen befreit hat, sagt er, ja, wir müssen einen Ochsenschädel holen, den müssen wir verbrennen, Kräuter müssen wir verbrennen und eine Glocke müssen wir aktivieren. So. Äh, währenddessen sagt auch noch der Typ, äh, Helga, wo ist meine Frau, Helga, wo bist du? Also dieses typische Trichet-Ding für Wacken halt. Und, ähm, ja, da beginnt halt, äh, wenn du die Aufgabe erfüllt hast für ihn, dann beginnt dann halt, ja, im magischen Moment plötzlich hast du einen Krug in der Hand, äh, mit Starkbier, was du noch nie mehr vorgetrunken hast und du bist am Feiern und Spaß und die Musik und der blinde Wächter, diese Statue erhebt sich und macht Musik, ähm, total cool. Das ist ziemlich lustig. Ja, das klingt tatsächlich ganz witzig gemacht, ja, aber das ist ja das, was ich meine, so, das fühlt sich mehr, auch wenn ich es nicht gespielt habe, fühlt es sich trotzdem passender an als diese Sabaton-Nummer. Liegt das vielleicht hier ein bisschen vergleichbar? Ja, ähm, das stimmt und bei Blind Garden, wenn wir das bei beiden Blind Garden bleiben, die hatten ja auch, wie in Extremho, äh, im Spiel mehr oder weniger ein Auftritt und zwar bei, äh, Secret 2. Genau, das wollte ich noch sagen. Stimmt, ja, genau, da kamen die auch noch vor. Deswegen kam auch der Song Sacred, äh, World von denen. Ja, ja, I Remember. Ist zwar schon ein bisschen her, aber I Remember, ja. Stefan wollte gerade irgendwas... Äh, ja, ich wollte, genau das wollte ich mir noch anbringen, dass, ähm, ich glaube, der Unterschied zwischen der Sabaton-Geschichte und der Guardian-Geschichte ist, also allein schon, äh, World of Tanks ist, ich, ich hab das nie gezockt, das ist doch hier so, ist doch so ein Browser-Ding? Nee, 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 nee. Aber auch Pay-to-Win-mäßig auf jeden Fall, so ein Online-Multi-Panzer-Ding irgendwie, ne? So, was macht man da eigentlich? Ja, also auf, äh, auf den höheren Leveln, also ich hab's auch eine Zeit lang gespielt, kannst du eigentlich so, ohne zu zahlen, siehst du kaum noch Land. Du kannst aber auch immer mit den leichten oder mittleren Panzern, kannst du tausende Stunden spielen, ohne jemals Geld auszugeben, das geht schon. Aber, äh, wenn du ganz oben mitspielen willst, dann musst du eigentlich Kohle ausgeben, ja, und dann bekommst du auch echt unfaire Vorteile, wie ich finde. Ja, also, World of Tanks ist ja wirklich so ein Strategie-Shooterspiel, einfach nur mit Panzern, äh, jeder Panzer hat seine Stärken, äh, und Schwächen, und die muss man halt ausnutzen, du musst halt das Gebiet kennen, äh, verstecken, du darfst einen gewissen Winkel nicht stehen, für den Gegner, sowas halt, das ist World of Tanks. Okay. Also eigentlich ein Team-Shooter mit Panzern quasi. Ach, jetzt verstehe ich. Aber es ist so ein ganz klassisches Game-as-a-Service-Ding. Ja, voll. Und das ist ja unsexy. Aber, äh, der Punkt ist ja, das hatte ich mir nicht auch ganz klar aufgeschrieben, äh, was bei Metal und Games passt, ist entweder Fantasy, wie bei Guardian, also ich glaube halt einfach auch, dass mindestens Hansi gerne zockt. Ich weiß es gerade nicht aus Belegung, aber ich weiß, dass er ja Fantasy-Geschichten in jeder Form sehr, sehr gerne mag, wir kennen ja, also, ist ja offensichtlich. Und da ist es mehr so, dass er wirklich da als Fans auch selbst reingehen. Weil sie zum Beispiel die Zwerge, ich kann mir kurz vorstellen, dass sie die Zwerge mögen und deswegen auch Bock hatten, sich da irgendwie einzubringen. Und diese Peisigen, das glaube ich auch. Ja, auch recht für die Bücher halt, ne? Genau, durch die Bücher, die ich jetzt auch nicht gelesen habe, aber, äh, dass das wirklich eher so ein Ding ist. Ist es nicht auch ein deutscher Autor, der die geschrieben hat? Glaube ja. Soll ich nicht der Heiz, oder? Ja, das ist dann halt, dann kennen sie wahrscheinlich auch schon seit 30 Jahren die, die Menschen. Das sollen uns die Leute verbessern, aber ich bin der Meinung, dass das vom Deutschen gemacht worden ist. Also, da ist auch sehr stark Deutsche Sinco auch dabei in dem Spiel. Ja, die Entwickler von dem Spiel waren auf jeden Fall Deutsche, aber ich meine den Autor von den Büchern, ich glaube, der war auch ein Deutscher. Ist es nicht dieser Heiz, oder wie der heißt, Markus Heiz? Ja, das klingt einigermaßen deutsch, oder? Ja, ich weiß nicht, ob er es ist, also, aber, aber ich weiß, dass der so, so, solche Bücher gerne schreibt. Aber, ja gut. Das ist ja klasse. Jetzt habt ihr mir schon zwei Beispiele voraus, weil ich fand eigentlich die, die Gothic-Nummer, die Jasper es nur so angerissen hatte, äh, die hab ich auch noch nicht stehen. Die fand ich ja nämlich total prägend eigentlich. Also, was hab ich diesen Auftritt im alten Lager geliebt? Das war so eine meiner liebsten Sequenzen. Ja, das muss ich auch sagen. Also, als ich das auch damals gestockt habe, auch, boah, wie sind die denn? Wie cool ist das denn? Ja, also, ich hab ja auch nicht umsonst, äh, mein, äh, Nickname in den meisten Spielen, äh, quasi von da übernommen. Also, das letzte Einhorn. Das hat auch, war auch eine Sache, die voll gepasst hat halt, ne? Und da hast du halt auch wieder, das war ein deutscher Entwickler, eine deutsche Band, und, äh, das geht dann einfach Hand in Hand, wenn man sich in dieser Szene rumtreibt. Ich glaub, dann kennt man sie einfach auch ganz schnell. Das ja. Glaube ich auch. Das ja, und das war auch tatsächlich bei mir so der Fall, dass ich, äh, den Song, Hermann Le, als erstes in dem Spiel gehört hab und mir dann die, äh, verehrt und eingespielt mal geholt hab. Und mich erst dadurch mit Innex überhaupt so auseinandergesetzt hab. Also, das ist sonst, glaub ich, nie passiert bei... Das war bei mir genauso, ja. Also, das war, das war, das war wirklich eine gute Sache. Das hat halt einfach auch so schön gepasst. Muss man auch sagen, so. Die Band mit der Mucke und allem in dem Setting und in dem Spiel an sich, in dieser Spielwelt. Das, das ist eine gute, gute Geschichte. Und solche Crossover sind ja eigentlich die Königsklasse. Also, die Guardian-Auftritte, die wir jetzt schon angesprochen hatten. Also, einmal in Sacred 2, wobei ich das nie so weit gespielt hab, bis ich, dass ich zu diesem Auftritt kam. Aber ich hab mir den mal, äh, zu, zu Gemüte geführt. Ich mochte das erste Sacred. Das war ein gutes, gutes Action-Rollenspiel. Aber das zweite war dann so, boah, irgendwie ein bisschen Tüttelkram. Boah, ich fand... Ja, das, ich fand das erste auch tatsächlich besser. Ich weiß gar nicht, ob ich das zweite so weit gespielt hat, aber ich kannte auf jeden Fall, äh, die Szene, ja. Vielleicht aber auch über YouTube. Man weiß es nicht. Ja, ich... Wir können diese ganzen Dinge halt dann ja auch in den, äh, Shownotes verlinken. Stefan, schreib dir das doch direkt mal auf, dass wir diese ganzen seltsamen Auftritte mit YouTube in die Shownotes schmeißen. Die sind, das ist schon mental in meinen Shownotes drin. Fantastisch. Was mir ja auch noch grad einfällt, äh, und zwar Tony Hawk. Da gibt, ich weiß nicht, in welchem Tony Hawk-Spiel es das war, äh, aber es gibt einen Auftritt von Kiss. Von Kiss? Den gibt es. Okay, also ich hab Tony Hawk tatsächlich stehen, äh, wegen der Soundtracks. Besonders der zweite, der zweite Pro Skater. Ähm, aber den Kiss-Auftritt, den kenn ich tatsächlich, glaub ich, nicht. Ich war aber auch nie der größte Tony Hawk-Spieler, muss ich sagen. Ich auch nicht, äh, ich hab mich erst durch ein bisschen Recherche schlau gemacht. Ah, ha. So, so. Ah ja, Tony Hawk's Underground Kiss-Konzert. Mhm, mhm, mhm. Ist die Live-Recherche-Maschine am, am, am Werken oder was? Oh ja, oh ja. Ja, dann, äh, wenn du schon am Recherchieren bist, ich mach das nicht, weil mein Setup ist ein bisschen, ich fummel da ins Mikro rum, äh, aber ich hatte gesehen, also, Tony Hawk's 2, hab ich, glaub ich, sehr exzessiv gespielt, auch wegen des Soundtracks. Aber ich mein, da konnte man auch, äh, quasi, ich weiß nicht, ob es über einen Cheat war oder über, über, quasi, äh, Freispielen, sich einen, äh, Eddie, also einen Iron Maiden-Eddy, als, als, äh, als Skater freischalten. Äh, das, wie gesagt, ich hab Tony Hawk pro Skater auch nicht so viel gespielt. War das nicht auch der Teil, wo man noch als Darth Maul spielen konnte? Das müsste der gewesen sein. Das weiß ich jetzt echt nicht, aber ich weiß, dass man, äh, noch hier, von Metallica hier, James, James Go spielen konnte. Okay, äh, dann kann es sein, dass noch Eddie mit drin war, aber, ähm, sag schnell, Eddie ist sowieso guter Stichwort, weil irgendwie gibt's 3000 Spiele zu Eddie, hab ich das Gefühl. Ja, 3000, nicht. Also, ich hab zwei gefunden. Ne, drei. Ich spiel aktuell noch eins auf, auf dem Handy. Ja, das ist, das ist, das ist ja das Neueste, ne? Oh nein, ich spielbare hier, Legacy of the Beast. Ja. Also, ich hätte jetzt ja eher gesagt, wir lassen Mobile Games, also Mobile Games sind für mich keine wirklichen Spiele, aber... Sind's auch nicht. Es ist halt, äh, also, ich hab mir nur Videos von dem Ding angeguckt, ähm, das sieht aus wie ein hässliches RPG, so ein ganz basic RPG mit so rundenbasierten Kämpfen. Was heißt rundenbasierten Kämpfen? Ähm, du hast halt deine Kreaturen, du hast halt dein Eddie, ähm, und, ja, levelst sie halt nur hoch. Das ist für mich nichts anderes mehr als grinden, ähm, dass die Mons halt stärker werden, dass du, was sie jetzt eingefügt haben, so einen PvP-Modus haben, dass du gegen andere Spieler kämpfen kannst. Also, für mich ist es nicht mehr, nichts anderes mehr geworden. Äh, da wären wir nämlich bei einem guten Punkt, und zwar, äh, warum machen Bands immer solche, in Anführungszeichen, schlechten Spiele? Da gibt's ja tausende. Letztes Jahr gab's irgendwie, glaub ich, ein Judas Priest-Spiel und so, also, es gibt's von... Dutzenden Bands gibt's diese komischen RPGs und Browserspiele, die alle hauptsächlich dadurch glänzen, dass sie keinen Tiefgang haben und schlechte Qualität in allen Belangen. Warum? Das ist ein Marketing-Ton. Warum nicht mal was Cooles? Marketing, wollte ich auch grad sagen. Ja, na gut, das lag auf der Hand. Äh, es ist halt auch also... Aber man kann doch auch mit relativ wenig Geld sowas liebevoll und geil machen eigentlich. Also, das ist halt so, das ist genauso wie, ähm, wenn einfach eine Band auf irgendein Bier irgendwie ihr Label draufdruckt und sagt, das ist jetzt Motorhead-Bier. Man kann das halt auch cool machen. Naja, aber da wir grad schon bei Maiden sind, die sind ja, also für mich, ganz klarer Fall von, äh, wir knallen überall unsere Brand drauf, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Gut, die haben eine längere Geschichte mit Spielen, die kann man ja durchaus jetzt mal ausführen. Also, war ja mit, wie ist das, Ad Hunter war, glaube ich, das erste, 99, was irgendwie eine... Genau, ja, dieser komische Shooter da, dieser hässliche. Was war ja... Gut, für damals war das ziemlicher Durchschnitt wahrscheinlich. Denke ich auch. Und das war ja irgendwie eine Beigabe, wenn ich es richtig weiß, zu einer Best-of. Ja, genau, man schießt sich auch irgendwie durch diverse Alben-Hintergründe und so, ne? War das nicht die Nummer? Genau, das war das. Und da war, äh, ich hatte mal versucht, in die tiefen Recherche zu gehen, was da eigentlich der Auslöser war. Und irgendwie war da, genau wie bei, äh, Legacy of the Beast, immer nur, dass das Management das total schlau fand. Also nicht, dass die Band gesagt hat, unser Management hat gesagt, sondern dass das Management sich quasi äußerte, wie toll das doch sei und alles. Das wäre jetzt natürlich, hat einer von euch gefunden, ob Dickinson oder Harris oder irgendjemand mal gesagt hat, boah, ich zocke total gern. Und zwar zum Beispiel irgendwie Rail-Shooter, jetzt im Fall von Ad Hunter oder irgendwelche, äh, äh, RPG-Light-Dinger auf dem Handy. Irgendwas? Ne, ich glaube, die sind auch die völlig falsche Generation, oder? Ja, aber, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, wenn es, meinetwegen, Parkway Drive würden irgendwie ein neues Tony Hawk rausbringen, was halt dann auf Parkway Drive getrimmt ist oder so, das würde ich den, glaube ich, zum Beispiel abnehmen. Ne, so ein, äh, ein Surf-Simulator müsste das sein. Ja, meinetwegen auch Surfen. Muss nicht irgendwie Skaten sein, das kann auch Surfen sein, aber die skaten bestimmt auch, oder? Ne, die surfen, das sind doch Surfer-Dudes. Aber das wäre eigentlich witzig. Ja, aber Surfer-Dudes können doch auch, wenn das Wetter schlecht ist, skaten, oder nicht? Dachte ich immer. Sind die nicht verwandt? Die sind verwandt, ja, aber ob sie das auch tun, weiß ich nicht. Gut, aber dann halt ein komisches Surf-Spiel, so. Aber das wäre halt so was zum Beispiel, wo ich sagen würde, so, das würde ich irgendwie den abnehmen und, glaube ich, würde es auch cool werden, aber einfach nur irgendwie so, wir machen jetzt so ein komisches Browser-Game, das Zehntausendste. Ich finde das ganz schwierig. Für mich zieht das auch so ein Stück weit die Bands wieder runter, also. Ja, also natürlich, das ist ja wie alles, wenn irgendein Teil in irgendeinem Marketing oder in irgendwas scheiße ist, dann färbt das automatisch negativ auf die Band ab. Wir hatten es ja am Beispiel von Nicht-Enden-Wollten-Farewell-Touren, dass das halt auf das Gesamtbild sich auswirkt. Aber ich würde gerne noch kurz bei Maiden bleiben, weil da gibt es eine ganz spannende Sache eigentlich, finde ich. Ihr hattet ja bestimmt dieses Speed of Light-Video gesehen zur letzten Platte, das war ja die erste Single. Ja. In dem ja Eddie, Lars, du auch gesehen? Ja. Genau, und das ist ja wirklich ein, also man könnte das als kulturgeschichtliche Reise durch die Videospielwelt sehen. So die erste Stage ist ja so angelehnt an das erste Donkey Kong, in dem Eddie da auf dieses Ho-Ho hüpft und die Alde da vor dem Macker da befreien muss. Dann geht das ja weiter und die Grafik wird immer sukzessive besser und so weiter. Also das ist ja schon, das wirkt ja schon so, als ob die sich, oder zumindest der Mensch, der dieses Video konzipiert hat, mit Spielen auseinandergesetzt hat. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass das nicht irgendwie von der Band selbst ausging, sondern, wie gesagt, da hat sich einer im Marketing dann irgendwie Gedanken gemacht, wie man jetzt irgendwie an die Gamer rankommt vielleicht oder so. Das kann halt natürlich sein. Und dann war es... Das ist so mein Empfinden. Und dann war es ja auch so, das habe ich aber auch erst jetzt bei den Recherchen gesehen, dass es auch zu dem Video das Browserspiel gibt, in dem man halt das Video quasi nachspielen kann. Das ist ja auch ganz oft, dass du halt so 8-Bit-Jump'n'Run-Dinger hast, die dann entweder Musikvideos sind oder an Musikvideos angelehnt oder sowas. Das gibt es ja durchaus öfter mal. Ich sag doch, es gibt tausend Spiele von denen. Also ich habe drei aufgeschrieben, die hatte ich jetzt, glaube ich, alle genannt. Ich hatte noch mal ein paar andere, vielleicht waren das auch inoffizielle, das kann natürlich auch sein. Aber ich habe in den letzten Jahren schon einige von solchen Dingern sehen müssen, dürfen, können. Klingt alles nicht... Und die waren alle nicht schön. Alle nicht schön. Ja, kommen wir mal, finde ich, zu... Also wir können festhalten, ich habe mir noch aufgeschrieben, es gab doch diesen schrecklichen Kiss-Shooter, Psycho-Circus oder so hieß der. Ja, die sind aber auch Meister, was so Merchandising und sowas angeht, da muss auch ein Spiel dabei sein, auf jeden Fall. Genau, und so... Geht gar nicht ohne. Haben sie zwar auch nichts mit am Hut, aber macht man einfach. Also zu dem Schluss, zu dem ich gekommen bin, ich habe noch kein von einer Metal-Band freigegebenes Spiel gesehen, das geil war. Was ich nicht gespielt habe, war, kennt ihr dieses Motorhead-DLC für diesen Viktor Vran oder wie das heißt, so ein relativ neues Action-Spiel? Ja, und das habe ich durchgezockt und es war super geil und super witzig. Das war gut gemacht. Okay, also ich habe es auch nicht gespielt, deswegen kann ich da auch nichts zu sagen, aber erläutere doch mal. Ja, das sind halt so, sagen wir mal, man kann erstmal, ja, es ist ein bisschen alles auf dem Motorhead ein bisschen basiert. Weil es die Maschinen halt, deren Logo, die Musik halt im Hintergrund und dass man halt so gewisse Items mit Lemmys Gitarre zum Beispiel in der Hand hat, dass man mit der Monster töten kann und alles. Sowas ist es halt. Also es ist schon witzig gemacht für, sagen wir mal, für so ein ähnliches Diablo-Spiel. Okay, aber es ist eigentlich dann eher sowas, was früher eine kostenlose Mod für ein Diablo gewesen wäre. Ja, also nur halt lizenziert. Nur lizenziert mit Motorhead, noch ein paar, also dass man jetzt zum Beispiel vom Orgasmectron-Album diesen Zug, dass er da einfach mal durchfährt oder halt so ein Spinnenvieh mit dem Motorhead-Kopf, das sah schon cool aus. Aber dann meine Frage, da ich es ja, wie gesagt, bisher noch nicht gespielt habe, wie passt, also passt das denn zu dem eigentlichen Spiel? Also ist es so, dass sich das richtig anfühlt, sondern eben nicht wie eine Mod, wie Jasper schon gerade andeutet ist, sondern wirklich so sinnvoll einfügt? Oder ist es wirklich separat zu betrachten? Separat würde ich ja sagen, separat. Okay, das ist wirklich eher so ein netter Gag wahrscheinlich für Motorhead-Fans vor allen Dingen. Ein netter Gag für Motorhead-Fans, dass man halt mit Musik halt Monster töten kann oder Monster abschachen kann, je nachdem, wie man es gerne bezeichnet. Ähm, dass man auch, sagen wir mal, wie, dass man einen Bomber rufen kann, dass der einfach einen Airstrike durch die Gegner einfach ruhig durchruppt. Halt so welche Dinger. Das ist halt, also ich sag einfach, das ist einfach so ein Nebending zur Hauptstory von Viktor Orban, weil darum geht's ja, in Viktor Orban geht's ja auch nicht was ganz anderes. Das ist einfach nur so ein Nebending, so als Gag. Okay, aber das ist cool, sagst du. Okay, dann wäre das vielleicht ein Positivbeispiel für direkt mit, von einer Band inspirierten Games. Ja, das war jetzt eine fantastische Überleitung von, dass es relativ wenig gute Games gibt, die tatsächlich von einer Metal-Band inspiriert sind. Und ich wollte daher mal zu Brutal Legend kommen, was ja von sehr vielen Bands inspiriert ist und es auch sehr, sehr geil ist. Also das ist ja sehr, sehr, sehr schön geworden. Also die, äh, da ist ja alle, also Jasper, hattest du das gespielt? Äh, äh. Okay, ich höre. Also die Überlegung dieses Spiels von Brutal Legend von Jack Black, die finde ich schon sehr, sehr humorvoll. Weil, dass man auf so eine Idee kommt halt, dass man eine Metal-Welt macht. Ähm. Und Dämonen abschlachtet, mehr oder weniger. Ähm. Also ich hab's durchgespielt. Ähm. Was mir sehr gefallen hat, war halt dieses Open-World-Ding, äh, dass man halt viel rumlaufen konnte, Sachen entdecken konnte oder halt irgendwie noch ein bisschen die Welt verändern konnte. Ähm. Ähm, was mir jetzt nicht so gefallen hat, war halt, äh, dieser Stage-Kampf. Ja, da. Ähm, wo es halt gewisse Punkte zu einnehmen gibt, dass du mehr Punkte hast, ähm, um Einheiten zu bauen, um die andere Bühne des Gegners zu zerstören. Das hat mir nicht so gefallen, aber ansonsten, das Spiel ist super. Ähm. Die Idee dahinter finde ich total cool. Ähm. Ähm, die Gast-Sprecher, die dabei sind, ähm, wie, ähm, Dieter Ford, Lemmy, Ozzy, ähm, Rob Helford, äh, das ist schon Dio. Also muss man überlegen, die haben hinbekommen, dass Dio und Ozzy in einem Produkt mitwirken. Ich glaub, das, äh, hat's musikalisch ja nie gegeben, aber da haben sie's hinbekommen, ne? Das muss man schon mal, not bad. Was meint ihr, wie viele Metal-Songs und Metal-Bands, äh, sind dort vertreten? Also, Sound-Roll. Ich weiß, dass scheiß viele sind, das ist, glaub ich, dreistellig, ähm, ich möchte aber mal einen Schritt zurück sagen, du meintest ja irgendwie, dir hat das alles sehr gut gefallen. Ich bin so, ich find die Grundidee alles cool, ähm, und auch ein Großteil der Umsetzung, aber für mich macht dieser furchtbare Strategie-Part, dieser halbherzige, der macht das ganze Gameplay kaputt, das ist so furchtbar. Findest du? Ja, und ich hab das damals auf der, ähm, Gamescom angespielt, das war, glaub ich, sogar im gleichen Jahr wie diese Rockband-Nummer, ähm, das heißt, wir konnten das auch, äh, ich sag mal, Backstage, in Anführungszeichen, den ganzen Tag spielen. Und die Demo war so geschnitten, die da lief auf diesen Dev-Konsolen, äh, dass die immer quasi aufgehört hat, bevor diese Strategie-Teile angefangen haben, weil die ganz genau wussten, dass sie scheiße sind, die hat man also in dieser Demo immer übersprungen. Das ist schon ein bisschen bezeichnet. Okay. Also, äh, ich fand die nicht, also gar, also nicht so super gelungen, in diesem Genre-Mix fand ich die im Strategie-Part am wenigsten gelungen, aber... Der war so überflüssig, vor allem, warum? Der Hauptmodus ist doch cool genug. Im Prinzip hätte... Also, ich fand auch lieber, ich fand's auch lieber, lieber rumzurennen, äh, irgendwelche Aufgaben machen, wo ich zum Beispiel für Lemmy Kilmester, äh, diese, äh, etwas, äh, metallischen Spinnenweben, ähm, damit da halt deine Freundin halt so welche Aufgaben... Also, dieses Spielprinzip finde ich viel lustiger, als dieses Strategie-Spiel. Ja. Ja, und das ist ja, was... Und das war halt echt... Was du gerade sagst, äh, das ist ja auch genau das, was ich daran so mag, wie schön konsequent da alles mitgedacht ist. Das geht ja wirklich schon los mit diesem Intro in Realfilm mit Jack Black, der diese, äh, LP da rauskramt, die dann auch gleichzeitig das Menü ist mit A- und B-Seite und Club-Cover. Und dann kommst du da rein in diese Geschichte von diesem Rhodey-Eddy, der in dieser durch und durch metaligen Metal-Welt ist. Und wo dann wirklich die Questgeber Metal sind, wo hier, ich weiß nicht mehr, wie der Typ von dem einen Volk da heißt, aber der, der typische Power-Metal-Heini halt. Und die Einheiten... Lars Hart... Lars, Lars? Der hieß Lars Hart... Äh, der hieß Lars Hartford. Lars, ja, genau. Also, Rob Hartford. Bitte. So, das ist schön durchdacht und dann diese Einheiten, wie zum Beispiel eben der, 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 die ersten sind ja die Headbanger, die man da holt. Und das dann in... Dann kannst du da mit denen irgendwie die auf Patrouille schicken und andere Leute mit Kopf-Head kaputt bängen lassen. Und da fährst du selber durch die Gegend und entdeckst... Ja, schon cool gedacht sowas. Also, dass man halt die Inspiration halt, sagen wir mal, von den Fans auch holt. Also, Headbanger, ähm, was gab's da noch, ähm, zum Beispiel in dem Battlecry, dass da eine gewisse Soundstelle aus irgendeinem Metal-Song halt ist. Das ist auch recht cool gemacht. Das ist es. Ja, also, allgemein, die hatten sich echt viel gedauert. Auch, du entdeckst ja auch an jeder Ecke, wenn du darauf achtest, äh, entsprechende Symbolik und so. Also, gar nicht unbedingt nur ausgesprochene Sachen. Nee, genau. Sondern auch Sachen, wo man hingucken muss. Das war echt rund. Also, aber ich mein, da sind Double Fine einfach auch groß drin, der Entwickler. Ähm, das wäre schlimm, wenn das bei dem Spiel nicht belogen wäre. Ja, aber das wäre eigentlich prädestiniert gewesen, total in die Hose zu gehen. Aber eben, weil da so viel... Ich hab das Gefühl, da waren wirklich Metal-Fans am Werk, weil das halt wirklich alles so passt. Die Aufgaben passen irgendwie. Du musst... Ich fand das auch so fantastisch, allein schon, dass der Gegner dieser, äh, Glam-Metal-Heini ist. Oder einer der Gegner. Ich hab's nicht ganz durchgespielt, muss ich gestehen, aber... Ja, ähm, Lionheart. Lionheart, genau. Die Band, genau. Lionheart. Und Rob Helford hat ihn gesprochen. Von Schulz. Super, oder? Dann ist doch irgendwie diese Plot-Twist, dass deine Perle, deine Angebetete, wird doch hier zu der Gothic-Tante. Mit der Gothic-Armee. Die dann da irgendwie so mit ihren schwarzen Regenschirmen unterwegs sind und solche Geschichten. Das ist halt alles, das ist so schön aus dem Leben gegriffen. Wem geht das nicht? Natürlich sind die Klischees übertrieben, das gehört da aber auch dazu, aber dass das auf allen Ebenen so schön stimmig ist und dass du eben, da gibt's ja auch diese Mini-Mechanik, um deine, deine, äh, wie sind das die? Also The Battle Cry ist einer davon, aber eben diese, wo du kurz dieses von Guitar Hero inspirierte Mini-Spiel machen musst, um hier irgendwie diese Altare zu raisen und, oder, oder, oder dein Auto-Gerät da herzuholen und alles. Ja, so halt so gewisse Button-Reihenfolge, um den Battle Cry oder dein Auto zu rufen oder die Leute zu stärken, halt, ne, ja genau. Ja, und dass das da ist. Und dann auch mit dem Auto rumzufahren und mit einem fantastischen Metal-Soundtrack. Und ich fand das auch fantastisch, wie Ossi, äh, als hier der Auto-Upgrade-Typ, beziehungsweise alles-Upgrade-Typ, da unten rumhing und irgendwas von den alten Metal-Göttern erzählt und so war ja fantastisch. Ja, Pimp My Ride mit Ossi ist schon was. Ja, aber du hast auch gerade was schon gesagt, ja, das waren definitiv Leute, die, äh, Bock hatten selbst auf Metal, also der Tim Schäfer, Schafer? Schafer. Der Double Fine-Heini halt, der ist das ja tatsächlich mit Jet Black zusammen angegangen, weil er halt Bock hatte und die haben halt auch ganz viele Bands, äh, angeschrieben direkt, um halt bewusst deren Songs zu holen damals und teilweise halt auch längst aufgelöste Bands, wo sie dann irgendwie jeden dritten Musiker, der irgendwann mal in dieser Band gespielt hat, nochmal versucht haben zu finden, um das okay zu bekommen und so. Also die haben da echt auf jeden Fall sehr viel Liebe reingesteckt, genau das, was bei diesen ganzen Lizenzgurken ja offenkundig gefehlt hat. Ja, das ist so, und ich hatte das so gehört, dass Lars Recherche betrieben hat, wie viele Songs sind denn da jetzt genau drauf? Das klang so, als ob du es wüsstest. Was würdet ihr denn sagen? Wie viele Metal-Songs strickte ich, also erstmal Metal-Songs, wie viele? Also eigentlich hatte ich irgendwas mit 50 im Kopf, aber wahrscheinlich sind es dann mehr. Nee, dreistellig, dreistellig. Metal-Songs, ich rede jetzt von Metal-Songs. Im Soundtrack, die man auch alle anhören kann, ne? Also ich dachte nicht, dass das dreistellig war. Ja, sag an hier. Sind 107 Metal-Songs. Haben wir gesagt, dreistellig. Bin ich gut, oder was? Von 57 Bands. Okay, da waren meine 50, immerhin. Immerhin, nicht ganz falsch, ja. Ja, da sind vor allen Dingen halt auch, ich fand die Mütung sehr cool, da sind halt alte Sachen bei, da sind moderne Sachen bei, ne? Also das geht ja wirklich von den Klassikern Ozzy Osbourne über Enslaved, irgendwie Riot, aber halt auch irgendwie Overkill, Rob Zombie, Anvil, das ist echt so schön gemischt, dass da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht, ne? Also da kommen wir, glaube ich, immer wieder drauf zurück gerade. Man kann ja stark hoffen, aber was ich mal gelesen habe, dass der liebe Jack Black Brutal Air 2 gerne machen würde, nur es wäre zu teuer. Ja, die Entwicklungskosten für Spiele sind ja gerade in den letzten Jahren einfach auch sehr in die Kühl gegangen. Also irgendwie zweistellige Millionenbeiträge, das ist jetzt ja für fast alles los, was ein bisschen aufwendiger sein soll. Also Lust hätte er, also man darf warten und gespannt sein, ob da irgendwas passiert. Das hatte ich mir tatsächlich lustigerweise aufgeschrieben, wieso es keine weiteren großen Spiele mit Metal als Leitmotiv gibt. Also wo Metal nicht einfach nur Teil des Soundtracks ist, das gibt es ja ganz oft oder irgendwie vorkommt, weil vielleicht ein Charakter irgendwie ein Metal-Fan ist oder so, sondern wirklich so wie Brutal Legend vielleicht nicht ganz so überzeichnet, aber irgendwie das Metal der Leitmotiv ist. Warum gibt es das eigentlich nur als Lizenz-Gurken und als Brutal Legend, was ja auch schon echt alt ist. Das kam irgendwie 2009, glaube ich, raus, ne? Ja, also... Ja, meine Vermutung ist da so ein bisschen... Also, dass das einfach... Das Setting ist ja schon eingeschränkt, sag ich mal. Also nicht das Setting an sich, das gibt unglaublich viel her, aber die Zielgruppe. Weil du ja... Das wäre dann schwierig, jemanden zu verkaufen, der kein Metal mag, sag ich mal. Außer du schaffst es, wie es im Filmbereich ja jetzt immer weiter geht, dass du irgendwie Filme mit Metal-Bezug... Gibt es ja immer mehr, die auch wirklich weitere Publika ansprechen. Irgendwie dieses fantastische, dieses fantastische isländische Drama. Das ist, glaube ich, Metalhead. Was ja wirklich auch, glaube ich, in Cannes lief, wenn ich mich nicht ganz täusche. Was halt auch wirklich Leute anspricht, die nicht aus der Szene kommen. Aber ich glaube, Games sind da noch nicht ganz so weit, dass sie sagen können, okay, wir verordnen irgendwie uns mit unserem Gameplay in diesem Setting, ohne eben, wie du sagst, das zu überzeichnen, sondern das irgendwie als eine alltägliche, also eine Alltagssituation daraus entstehen zu lassen. Das ist, glaube ich, noch nicht so richtig. Okay, jetzt sag ich aber, man sagt ja immer, die Metalheads sind alle so treu und die kaufen so gerne was und Metalplatten verkaufen sich immer noch. Und das sind ja alles Sachen, die auch die Studios alle wissen. Das ist ja jetzt kein Geheimnis. Und wir sind jetzt ja gerade in dem Zeitalter von Kickstarter und Co. Das heißt, du könntest ja quasi einen Pitch bei Kickstarter einreichen. Und wenn sich dann genügend Leute finden, dann hast du deine Finanzierung und dann ist das auch eine relativ safe Nummer. Also, dass jetzt EA oder Ubisoft oder so so ein Projekt nicht startet, das verstehe ich total, weil die haben sowieso total Angst, irgendwas Neues zu machen, größtenteils, und halten sich an ihre alten Marken. Aber die Indie-Szene ist doch so groß, dass da mal irgendwie was Geiles mit Metal vielleicht mal rauskommen könnte, oder? Oder kommt es raus und wir übersehen es nur alle? Das glaube ich aber eigentlich nicht, weil so Metalhammer und so, die würden sich doch darauf stürzen, weil die haben ja immer schon jetzt in den letzten Jahren Spiele mit drin gehabt, weil die Überschneidungen in der Zielgruppe einfach drin sind. Also, die würden sich auf sowas doch stürzen. Denke mal auf, dass die sich darauf stürzen würden. Das mit Sicherheit. Also, entweder haben wir, also, ich habe mal ein bisschen geguckt, ob es gerade aktuell was gibt. Ich habe nichts gefunden, aber das ist halt auch genau mein Punkt. Du kannst, also, ich glaube nicht, dass es funktionieren würde. Du startest, kickstartest irgendwie ein Projekt. Das wird ein Game über Metal. So, ich glaube, da wollen wir alle, sage ich mal, jetzt einfach auch schon näher wissen, was wird es denn für eine Art so, was, was, in welches Genre können wir das einordnen? Was ist die Grundidee? Was, was soll da passieren? Also, das ist, das ist das, was ich meine. Das ist nämlich gar nicht so einfach dann. Also, ich finde auch, das bieten sich ganz viele verschiedene Sachen an. Zum Beispiel diese, so ein bisschen, wenn ich jetzt mal an so eine Live-is-Strange-Geschichte denke, ähm, du kannst ja so ganz viel diese Charakter-Außenseiter-Nummer vielleicht zum Beispiel spielen und das in so ein leichtes Adventure verpacken oder so, das würde mir zum Beispiel einfallen. Oder, äh, was ich zum Beispiel ja total großartig finde, sind die Kämpfe in diesem Scott-Pilgrim-Film zum Beispiel. Also, es gibt so viele Ansatzpunkte, wie man irgendwie die Metal-Motive verarbeiten könnte. Nimm irgendwie ein Spiel, was irgendwie zwei parallele Welten hat. Das eine ist halt diese überzogene Metal-Welt und das andere ist die, äh, normale Welt und du hast einen Charakter, der zwischen diesen Welten springt, um irgendwelche Probleme zu lösen oder so. Also, ich sag nicht, dass ich jetzt morgen Kickstarter starte, aber ich glaube, man könnte da sehr spannende Sachen, äh, entwickeln. Deine letzte Idee gefiel mir sehr gut. Die es auch andere anspringen. Ich würde es jetzt raten, weil, bevor es noch ein anderer klaut. Naja, aber das zum Beispiel, du springst in eine andere Welt, um in der normalen Welt quasi was zu lösen, so, das gibt's ja in Spielen schon, das kommt ja immer super an, solche Sachen und mit Metal bietet sich das halt total an. Stimmt. Weil da alles so schön überzeichnet ist dann. Das stimmt. Nur so, an alle Spielentwickler da draußen, als Idee, müsst mich nur in den Credits einmal nennen, das ist dann okay. Ja, ihr habt schon drei potenzielle Backer. Ja, das auch, genau. Kann nix schief gehen eigentlich. Ne, das Ding ist durch eigentlich. I doubt it. Ja, also ich würde mich freuen, wenn wir mal mehr in die Richtung sehen würden. Ich darf jetzt ja nach dem Kingdom Come raus, dass auch wieder ein Videospiel bei Kickstarter weiter unterstützen, das heißt, äh, macht es. Hm. Na, ich weil, ich bin da eher noch skeptisch, ob da wirklich was, was, äh, ich muss die Idee sehen, damit ich das geil finde. Und, ähm, würde ganz gerne jetzt auch an dieser Stelle mal ein bisschen noch kurz einen anderen Blick wagen. Und zwar, äh, in die Richtung Spiele, die Metal sind, ohne dass sie es explizit sein wollen. Ja, okay, hau an. Äh, weil, ähm, also ich hatte das ja vorher schon mal so kurz angerissen, so die Überlegung bei mir war ja, dass Rollenspiele, also Fantasy-Rollenspiele per se, irgendwie ganz gerne Metal sein können, also weil da irgendwie die, die, die Topoid, also das passt alles zusammen. Und ich, äh, hab kürzlich mal wieder den Witcher 3 angefangen und das Spiel ist eigentlich ganz schön Metal, wenn man mal drüber nachdenkt. Also, ja, also, das sehe ich zum Beispiel auch bei extremeren Sachen, jetzt meinetwegen in Gears of War oder so, das ist von der Ästhetik her und so, äh, passt das zu den einzelnen Metal-Genres definitiv. Ja, also. Sehr gut verschiedene, äh, Spiel-Genres und Spiele, die es bereits gibt, ja. Also bei mir ist es vor allen Dingen, auch wenn der Fantasy und eben, wie du gerade sagst, Gewalt. Gewalt geht auch gut. Das passt irgendwie auch. Gewalt geht auch gut, ja. Äh, da wär ja du. Ja, ich glaube auch, das sind die, die großen, also irgendwie bei einem, äh, hier Global-Strategie-Spiel irgendwie, äh, Crusader Kings oder so, da passt das vielleicht eher nicht so, äh, aber bei so einem Fantasy-Rollenspiel, klar, das ist wie ein Blind Guardian-Album, ne? Oftmals, oftmals. Könnte man auch was sagen, ja. Naja, aber jetzt, äh, zum Beispiel Witcher, ich dachte halt da so, es ist, weil, weil, es einerseits so, so super düster ist, super blutig auch, dreckig, es ist nicht schwarz-weiß, so, es ist, es ist, es ist so, einfach eine sehr, es ist halt auch eine in sich geschlossene Welt, die ziemlich bedrohlich wirkt, sag ich mal. Ja, und, also diese ganze Aufmachung, die, 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 ich bin da den, den Hexenjägern zum Beispiel kürzlich begegnet, und die sehen halt auch aus wie so, äh, vom Cover von irgendeiner, äh, irgendeiner, es hat mich an irgendeine Death Metal-Platt erinnert, ich weiß nicht mehr, welche es war, aber auch die mit ihren irgendwie lederbesetzten Gesichtsriemen und was weiß ich nicht alles, also die Ästhetik ist da definitiv, äh, da ist es eine Überschneidung, ist natürlich die Frage, was zuerst war, da war, war es zuerst, äh, diese Ästhetik. Ich glaube, die bedienen sich ja beide, beide, bei dem gleichen Ursprung, so, ne, bei der klassischen Fantasy-Literatur, also beim Witcher ist es ja offensichtlich, äh, ne, das ist ja eine, äh, äh, fair, fair, jetzt fehlt mir schon wieder das Wort dafür. Adaption. Ähm, Mensch, eine Adaption einer, einer Romanreihe aus dem Fantasy-Bereich, und das sind ja diese klassischen Fantasy-Motive, wo sich dann sowohl die Bands bedienen, ganz offensichtlich, äh, Nightfall in Middle-Earth und so, als auch halt, äh, die, die, die Programmierer der Spiele, ne, also. Das ist halt dieses, was man so ein bisschen vergleichen kann, ich sag mal wieder Power-Metal oder halt, äh, 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 beim Mittelalter. Ja, Folk, Pagan, die Geschichten, ja. Ja, genau. Ja, aber wobei ich find's zum Beispiel, äh, äh, ich, mich wunderte nur, dass ich das beim Witcher dachte so, aber bei was irgendwie, wie Baldur's Gate zum Beispiel, das ist für mich, das... Ja, also der Witcher ist natürlich, äh, Baldur's Gate ist natürlich relativ abstrakt durch die Grafik erstmal noch, und Witcher ist einfach auch erwachsener an sich, ne? Das, vielleicht ist es dieses, wobei Baldur's Gate erwachsen ist, das muss man schon sagen, aber nee, aber... Äh, wenn ich mal eindeuten darf, ich hab's gerade Baldur's Gate 2 mit ein paar Freunden wieder angefangen. Ja. Fantastisches Spiel. Also, das wird halt auch nicht alt, trotz der Grafik. Ja, trotz der Grafik, es macht auch Spaß, ähm, halt dieses Fantasy-Ding, man ist Magier, man ist Krieger, was auch immer, und gib ihn. Eben, aber auch die, die Geschichten, die da so erzählt werden, alles, das ist... Ja, man muss auch sehr viel lesen, das ist das Wichtigste zum Spiel. Das mag ich auch total gern, also ich verstehe Leute, die es hassen, aber ich mag's total gern. Naja, äh, aber was ich auch dachte, so irgendwie sowas wie ein Fallout oder so, ist für mich so ein bisschen wie Thrash-Metal. Ah. Dieses, dieses... Ah. Naja, also, Fallout, äh, will ich noch nicht mal, äh, in eine, in eine Metal-Genre mal reinziehen. Ach, aber dieses Post-Apokalyptische passt irgendwie ganz gut, find ich. Ja, das find ich aber schon ein bisschen gezwungen, also... Nö, wieso? Wieso, also... Also, wenn du schon, äh, Richtung Thrash-Metal gehen willst, dann packe ich jetzt mal ein Spiel rein, was auch durch einige Bands inspiriert worden ist, äh, und zwar Doom. Ja, das ist ja... Ja, Doom und Quake hätte ich jetzt auch eher gesagt, tatsächlich. Da ist es ja oft... Da sind wir wieder bei dem Gewalt-Ding, was sowieso gut passt. Oh ja. Ja. Aber, äh, nee, weil bei Fallout dachte ich halt dieses... Also, es ist ja nun mal so, dass im Thrash-Metal ganz oft, äh, Weltuntergang, alles scheiße, alles kaputt, bababa, so dazugehört. Ja, da bin ich bei dir, aber wer nicht mehr vorstellen kann, äh, beim Witcher, irgendwie seichten Power-Metal zu hören, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, irgendwie in Fallout durchs kaputte Boss zu laufen und Thrash-Metal zu hören. Das passt auch schon gar nicht zum Pacing des Spiels. Kaputte Welt, da würde ich ja ja Gothic-Metal sagen, was würde ja auch, glaube ich, nicht zu Fallout passen. Nee. Nee, also, das ist ja also diese, diese, diese menschenverursachte Zerstörung, das ist ja genau der Punkt. Das wird ja, ist ja im Thrash schon immer Thema gewesen. Also, der Sterbend. Da, glaube ich, sind jetzt so die Geschmäcker ein bisschen, äh, und die Richtung, glaube ich, ganz, ganz anders. Okay, also, ich fand das... Ich glaube auch, das Bild dazu. Ja, irgendwie, also, die Lesart, hab, anscheinend nur ich, okay. Aber, dachte ich, ihr werdet da vielleicht irgendwie... Ist auch, oh, okay. Ja, also, wenn ich schon in den Thrash-Metal, dann bin ich Richtung Doom. Und, ähm, das ist ja dann wohl die brutal, äh, etwas brutalere Art. Ja, also, da finde ich auch, also, Doom und Quake sind beides, ja, altehrwürdige Shooter-Reihen. Und die hatten schon immer sehr Metal-lastige Soundtracks. Glaube ich aber eigentlich nie große Songs lizenziert, sondern halt eigene Songs. Eigene Songs, aber da sind jetzt zum Beispiel jetzt wie, ähm, Metallica, also damals Metallica sehr, so, die, die Bands, so aus dem Alter, äh, die damals entstanden sind, so die Jugend, so die Jungen, wie damals waren, die haben das wahrscheinlich gezockt und dadurch sich das hier zu gehen lassen. Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Zum Beispiel bei Quake war es ja so, da hat ja hier der, äh, Trent, äh, Reznor von Nine Inch Nails hat ja den Soundtrack mitgestaltet und so. Und das passt echt wie Arsch auf einmal bei den Spielen, ne? Also, auch bei den aktuellen Titeln der Reihe, ne? Also, Doom kam ja das letzte, jetzt 2016, meine ich, raus. Und da hat's auch wieder gebolzt ohne Ende. Ja, und da waren auch schöne Tracks dabei, also, die zum Level auch passen, die zur Situation auch passen und, ja, dann muss man eben halt mal so ein Monster halt dran glauben, wenn man das hört. Ja, das passt halt. Das ist halt, äh, auch so ein Soundtrack für die Beschleunigungsspur. Das passt perfekt in so ein, so eine Gewaltorgie in dem Spiel rein, ja. Ist so, ich kann mir auch, äh, gut vorstellen, dass, äh, die, die Leute, die das entwickeln, einfach auch auf die Mucke stehen. Dass irgendwie, ich glaub, da ist so ein Bezug dann da, dass man, dass sich das gegenseitig befruchtet, so. Das glaub ich auch, ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass, dass, dass der Bezug muss auf beiden Seiten da sein, damit sowas halt geil ist und nicht einfach nur da ist. Da habe ich noch ein schönes Beispiel, äh, mein, äh, Lieblings-Podcast-Thema GTA Vice City, ähm, wo du ja diese fantastische, äh, äh, hier virtuelle New-Metal-Band, nee, nicht New-Metal, äh, Glam-Metal-Band Lovefist drin hast, die du, äh, auf mehreren Missionen begleiten musst. Und das kannst du halt auch nicht machen, äh, als Entwickler, wenn du das Genre nicht geil findest. Also, das ist ja so fantastisch umgesetzt einfach, wie du mit dieser Band da unterwegs bist und deren Auftritt, äh, rettest und so. Ja, das stimmt, das ist ein fantastisches Beispiel. Ja, das, ja. Aber was auch mal, geht dir auch mal cool, war, ähm, das Radio anzumachen. Ja, ja. Und immer den schönen Rock, und immer den schönen Rocksender raussuchen. Ja, die haben so geile Radiosender in den, äh, in Teilen drin, wo du wirklich auch an den Gesprächen und so merkst, die hatten die Leute, die sich darum gekümmert haben, echt Ahnung von dem, was sie machen und hatten da vor allen Dingen Bock drauf. Das ist nicht einfach nur, wir lizenzieren jetzt irgendwie 20, äh, Metal- oder Rock-Songs und packen die da rein und zwischendurch läuft mal ein vorprogrammierter Wetterbericht, sondern da wurden sich wirklich Gedanken gemacht, so. Wobei das auch, glaube ich, so ein Rockstar Games allgemein Ding ist, äh, die stehen einfach halt auch auf diesem Qualitätsstandard, ähm, das ist ja bei den anderen Sendern im Spiel nicht wirklich anders, auch wenn die andere Genres bedienen, die sind ja auch immer sehr gut ausgewählt eigentlich. Das wollte ich auch mal sagen, dass halt das Ding bei GTA ist, dass sie halt in diesem Worldbuilding und so, dass die, die, das, das, was sie darstellen wollen, immer sehr detailliert erfassen, also sei es jetzt im Rahmen der Musik der 80er für, für Vice City, sei es für die, die Gegebenheiten eben mit dem Aufstieg des Clam-Metal und solche Geschichten und das halt dann aber auch mit den Drogen-Boss-Geschichten. Da ist ja, da ist ja der Rock-Teil bei Vice City ist ja nur ein ganz, ganz kleiner eigentlich, aber eben so toll umgesetzt, dass es nachhaltig, äh, äh, einfach immer noch schön ist, immer noch funktioniert, das ist es ja, also das kannst du ja immer noch spielen und denkst immer noch, das ist so geil, schlüssig in sich. Ich würde auf zehnmal eher, äh, wieder die Love-Fist-Bission spielen als Brutal Legend, sorry. Da waren aber auch tatsächlich nochmal, um darauf nochmal zurückzukommen, ein gebranntes Kind, weil die Idioten das ja, ich bin ja, ähm, PC-Kind durch und durch, weil sie das irgendwie knapp vier Jahre nach der Konsole erst für den PC rausgebracht haben, was für ein unfassbarer, blöder Move, das hat mich damals schon so geärgert, ich hab's dann irgendwann, glaub ich, in einem Humble-Bundle mitgenommen, das Spiel noch, ähm, wie gesagt, ich hab's damals auf der Gamescom viel gespielt, aber, äh, das ist wieder, das war irgendwie lieblos. Ich weiß nicht, ob das lieblos ist. Das ist aber typisch Rockstar. Vier Jahre? Das war ja nicht Rockstar, das war ja, äh, Double Fine. EA. Ja, EA und Double Fine, ja. Ich hab doch nie Rockstar gesagt. Ach, Entschuldigung, das war ja, aber Rockstar ist eigentlich genauso. Naja, doch eigentlich jetzt nur bei, was es eben bei ihren Spielern geht. Ja, aber die wollen es dir einfach zwei- oder dreimal verkaufen und in die Falle tapp ich bei Rockstar ja auch, ich hab ja GTA 5 ja auch erst für die Playstation gekauft und dann für den PC und ich bereue es nicht. Ich hab, ich hab, ich hab gewartet. Konnte ich nicht, nee, ich hab mir sogar in der Woche Urlaub genommen, aber jetzt kommen wir vom Thema ab. Eigentlich ja nicht, es wäre als ein Ding, was wir noch gar nicht beschworen haben und was ich jetzt tatsächlich aber doch nochmal irgendwie, was wir eigentlich nochmal erklären müssen, warum passen Metal und Games eigentlich so gut zusammen? Also jetzt mal abzhängig davon, dass so Fantasy-Themen und Gewalt, das passt bei beiden, aber es ist ja nun mal so, dass viele Metal-Fans auch gerne zocken. Und ich glaub, das ist auch verbreiteter als bei anderen Subkulturen. Würde ich jetzt einfach mal als Hypothese rausfinden. Ich glaube, ich glaube, man kann's, glaube ich, eher so betrachten, wenn wir mal die Shooter-Spiele mal nehmen, so, da läuft ja am meisten dann Trash-Metal, Death-Metal, Brutal-Metal, so halt die Musik, so, du knallst jemanden ab und denkst, oh, Alter, da ist so die geile Mucke und so nach dem Arbeitstag so alles scheiße, jetzt muss ich halt so ein Ballerspiel spielen. Das klingt jetzt sehr komisch, aber ich kann alles rauslassen, der Tag ist gelaufen, so, ich kann entspannen, so, und bei Fantasy-Spielen, so wie Gothic, die Zwerge, Secret 3, dass man halt diese Power-Metal-Musik halt dazu hat, dass man sich da hineinversetzen kann, träumen kann, in einer anderen Welt zu sein. Ich glaube, deswegen passt das bei einigen immer so gut zusammen. Ach, das ist was? Ja, also die Musik und die Spiele bedienen auf jeden Fall, abhängig vom Spielgenre oder dem Musikgenre, dann auf jeden Fall ähnliche Knöpfe, da bin ich definitiv dabei. Ich würde aber gar nicht sagen, dass das jetzt unbedingt immer noch so ist, dass vermehrt Metal-Fans quasi spielen, sondern ich glaube, inzwischen ist das auch in anderen Genres längst der Fall. Also ich glaube, das hat sich ein bisschen überlebt. Aber es war vielleicht auch ein bisschen diese Außenseiter-Kiste, kann das sein? Weil beides sind so nerdige, geekige Themen irgendwie, sowohl die Mucke als auch die Spiele, dass sich das vielleicht einfach bei ganz vielen ergeben hat, dass man das Hand in Hand gemacht hat. Ich fand das gerade sehr, sehr schön, was Lars gesagt hat. Da denke ich mir, nicht zum einen dieses befreiende Ding, wenn man irgendwie nach einem nervigen Tag virtuelle Menschen kaputt macht und wenn man sich schön eine Runde Death Metal um die Ohren haut, was ja auch so ein befreiendes Gefühl hat und aber auch dieses Flüchten in andere Welten im Sinne von gerne bei Power Metal, aber eben auch bei Spielen an sich. Ich glaube, das ist generell so eine Sache, die Metal-Fans per se gerne tun. Also nicht nur ausschließlich, das ist richtig, dass natürlich auch andere Menschen zocken und sich in andere Welten pflüchten und so, aber dass das schon immer da war. Also ich meine, du musst ja auch irgendwie so jemand wie Ronny James Dio, der war ja auch ein kleiner Träumer und Eskapist und hat irgendwie ganz tolle Fantasy-Bezüge und hat auch gern solche Welten erschaffen und sich in denen bewegt. So vielleicht ist das tatsächlich der Punkt. Also das glaube ich, hat Lars ganz gut rausgebracht gerade. Also irgendwie einmal ist es dieses... Ja, also wie gesagt, es drückt halt sehr ähnliche Knöpfe beide Sachen. Also das liegt schon irgendwo auf der Hand dadurch. Das stimmt, ja. Und ja, vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass mit Sicherheit als Gaming und so weiter und Metal irgendwie noch kiekiger waren, als es sie jetzt sind, dass auch gerne Metal-Heads vermehrt in Richtung Programmierung gegangen sind. Und weil das eben auch nerder ist als irgendwo und fast. Lass das mal dann irgendwie auf. Twitter liest irgendwie ganz stark in der ersten Augustwoche, ah, deswegen liegt der IT-Support in Deutschland wieder am Boden. Das ist das Wacken-Gruppen. Ja, diese Klischees kommen natürlich irgendwo her, na klar. Genau. Und auch noch ein Zusammenhang wäre zum Beispiel mal, nehmen wir mal diese furchtbaren Schulmassaker, wo man abwechselnd Metal- oder Gewaltverherrlichende, in Anführungszeichen, Videospiele für verantwortlich macht. Also diese Nähe wird ja anscheinend nicht nur von den Leuten, die das Konsumieren wahrgenommen, sondern auch von der Welt da draußen ein Stück weit. Ja, vor allen Dingen, ich denke, das geht auch weiter zurück, aber dass beides für den Mainstream irgendwie befremdlich war, also. Genau, ja, genau. Und wenn du halt schon in so einer Gruppe bist, die ein bisschen befremdlich ist, dann suchst du dir auch ganz gerne weitere befremdliche Sachen. Also wie gesagt, ich glaube, das befruchtet sich auch da sehr schön gegenseitig. Oh, das könnte so sein. Doch, finde ich gut. Ich wollte noch kurz einen ganz anderen Punkt aufmachen. Und zwar, wenn wir nämlich bei dem Punkt sind, wo jetzt wirklich, also wir sind inzwischen, ist uns allen klar, dass Metal nicht mehr ganz so nischig ist, wie es mal war. Und Gaming auch nicht. Und dann wollte ich mal fragen, es gibt ja durchaus so Fälle, in denen Bands ganz explizit Songs für, also irgendwie einen Song als Promo für ein Game schreiben. Ich weiß, dass das bei Avengers 7-Fold, die haben das jetzt, glaube ich, für zwei Call of Duty-Spiele gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Black Ops 2, wenn ich mich täusche, da gab es sogar so einen kleinen, also erstmal den Soundtrack dazu, ja. Und die hatten da irgendwie auch so einen kleinen Auftritt in Game. Ach, das hatten sie auch noch? Also ich habe, glaube ich, das einzige Call of Duty, was ich jemals gespielt habe, war das erste. Und dann nie wieder eins. Deswegen kann ich das nicht sagen. Was? Nee, ich bin ja nicht so der Militär-Shooter-Mensch. Das sind doch keine Militär-Shooter. Das ist ja eigentlich ein Michael-Babe-Film. Also du spielst ja inzwischen in einem aktuellen Call of Duty. Von der Spielzeit irgendwie hast du vielleicht 30 Prozent der Zeit überhaupt Kontrolle über deine Spielfiguren. Ansonsten guckst du ja nur Zwischensequenzen an. Okay, ich zock. Ich zock generell weniger Shooters. Sag was du. Ja, okay. Okay, außer jetzt Far Cry 5. Fantastisch, wenn ich das mal so sagen darf. Off-Topic, aber. Echt? Ja, ich mag es total gern. Okay. Ich bin auch noch gerade dabei am Zocken. Das ist so großartig. Da ist aber auch kurz eingewandt. Da schockt auch total einfach durch die Gegend fahren und die sehr, sehr gute Musik hören. Also da ist es ja mehr so Amerikaner, Seventies-Rock, bla bla, was da lizenziert ist. Cool. Ja. Das haben sie sich schon wieder gut einfallen lassen. Das ist, da muss man auch, da muss man ja auch sagen, das ist natürlich nicht Metal, aber was ich da jetzt entdeckt habe, äh, es ist das erste Far Cry, was ich seit dem ersten gespielt habe. Weil ich einfach Bock auf dieses Setting hatte. Und das ist ja auch wirklich so, dass es drei Soundtracks gibt oder vier sogar. Also es gibt den instrumentalen Score, es gibt den einen Soundtrack mit Liedern dieser Kultisten von verschiedenen Interpreten. Dann gibt es das einmal als Version, wo nur ein Chor das singt und einmal als so eine Post-Rock-Version. Und das ist alles irgendwie ziemlich geil und schließt nochmal das gesamte Produkt so ab. Also das ist dann auch so ein Fall, wo Musik und Games Hand in Hand gehen. Und, ähm, um jetzt nochmal zu meinem ursprünglichen Ding zurückzukommen, wenn irgendwie eine Band We Avenged Sevenfold ein Song für ein Game released ist, ist das, hat das für mich keine, also das ist nicht so, das hat nicht so denselben Mehrwert. Das ist dann auch einfach, behaupte ich jetzt mal, einfach stumpf für Promo. Ja, das wäre auch wieder, da wären wir wieder ein bisschen am Anfang, das ist wieder, finde ich, ein bisschen lieblos. Das ist genau wie jetzt auch, ähm, gab es das gerade vor ganz kurzem, äh, für, ähm, das fantastische Kingdom Come Deliverance wurde ein Musikvideo veröffentlicht, äh, wo Sabaton, äh, den Song Kingdom Come von Manowar gecovert haben. Unterlegt halt mit Bildern aus dem Spiel. Aber dieses Cover ist halt irgendwie vorher irgendwann entstanden und sie haben es einfach nur nie verwendet. Und dann haben sie gesagt, ja, dann legen wir jetzt die Bilder von Kingdom Come hinter. Also die waren wohl auch beim Entwickler und bla bla bla. Aber das ist schon wieder so, das heißt halt zufällig so und das Cover hatten sie noch rumliegen und deswegen bringen wir das jetzt als Promo raus. Ich finde es ja cool, dass sie das Spiel unterstützen, ähm, grundsätzlich bei solchen Sachen, aber, pfff. Das wirkt wieder nicht so echt wie meinetwegen die Blind Guardian Nummer oder die In Extremo Nummer. Ja, da sind wir wieder, die, die Authentizität, t-t-t-t-t-t-t-t. Genau die. Das ist ein schreckliches Wort. Da ist es aber auch, kannst du dir Sabaton in der Ritterrüstung vorstellen? Ja. Mit einem gepanzerten Pferd? Ja, das wäre mal was Neues. Das wäre mal was Neues. Ist Sabaton nicht eigentlich sogar ein Teil von einer Panzerung? Ist das nicht irgendwie so ein komischer Stiefel oder so? So ein Panzerstiefel? Ist das nicht ein Sabaton? Ja, der Schuh. Sabaton ist der Eisenschuh. Ja, guck mal, sag ich doch. Aha. Ja, also, das finde ich wieder so ein bisschen, da wäre vielleicht ein Track von irgendeiner Mittelalter-Kapelle, Pargan-Metal-Volk-Metal-Kapelle aus Osteuropa-Friedpasta gewesen. Halt, stopp, halt, stopp. Es gab da nämlich auch noch einen zweiten Song, den finde ich aber nicht mehr. Was war das? Das war von, äh, äh, hier. Imperium Dekadenz haben einen instrumentalen Song für den Soundtrack aufgenommen. Ja, das hatten wir doch. Imperium Dekadenz war das, genau. Ich hatte noch im Kopf, es gab nämlich noch mehr zu diesem Spiel, nicht nur das eine, aber ich habe es einfach nicht gefunden. Doch, doch, das war das. Das hatte ich dir doch geschickt irgendwann, Arbeit. Ja, und ich habe, ich, ich, genau, und ich habe auch den Skype-Verlauf durchgecheckt und so, aber irgendwie habe ich es nicht gefunden. Sehr schön, dass du dich daran erinnerst. Ich wollte dich eigentlich auch vorher noch fragen, aber so ist es natürlich auch viel authentischer, haha, wenn wir jetzt so drauf kommen. Genau, na, das war das, da hatte ich ja irgendwie rein zufällig diese irgendwie, äh, auf, in einem, in einer Lokalzeitung aus dem süddeutschen Raum, äh, bin ich über Imperium Dekadenz wieder gestolpert und das irgendwas mit spielen, dann habe ich das da gelesen. Das ist, äh, ja, das ist keine spannende Geschichte per se, also wir wurden halt irgendwie gefragt, ob sie Lust haben, da einen Song beizutragen, haben sie gemacht, ist ein nettes Instrumentalstück, so. Alles gut, ich weiß nicht mehr genau, wann es das zu hören gibt, also im Spiel, aber... Da machst du ja ein schönes Thema auf, äh, wegen, äh, Black Metal und Kingdom Come, da gab's ja im Vorfeld vor dem Release des, äh, des Spiels ja unter anderem wegen Metal ein, ja, ein Shitstorm eigentlich. Habt ihr den verfolgt? Naja, der Shitstorm nicht so ganz. Also der, 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 äh, der Hauptentwickler von diesem Spiel, ähm, der ist ein sehr großer Metal-Fan und, ähm, hat sich in einem Jahr auf der Gamescom, äh, quasi als Aufgabe gemacht, bei jedem Interview ein anderes T-Shirt von einer kleinen Metal-Band zu tragen und, ähm, steht halt auch auf Black Metal sehr und, ähm, als Osteuropäer war da ein bisschen, äh, unbedarft, also ich schiebte es einfach mal darauf und hatte unter anderem in einem von diesen 20 Interviews ein Bursum-Shirt an. Ja, und das wurde dann, äh, kurz vor Release rausgekramt, ähm, zusammen mit dem Fakt, dass es im Spiel keine, äh, dunkelhäutigen Menschen gibt, um zu sagen, dass das alles ganz schlimme Rassisten sind. Naja, das greift jetzt ein bisschen zu kurz, Jasper, es gab da auch durchaus ein paar andere Aufhänger, warum der Mensch etwas, äh, näher unter die Lupe genommen wurde. Weil der durchaus auch bei, bei Twitter noch andere Sachen so rausgehauen hat, die doch stark fragwürdig waren, also zumal diese mit den, äh, diese, diese Geschichte mit keinem People of Color im Spiel ist schon so, hm, aber da gab es auch noch ein paar andere Dinger, die der rausgehauen hat, deswegen war der so scharf unter Beobachtung. Also ich, wir müssen jetzt nicht, das jetzt nicht komplett aufmachen, aber ich fand das, äh, sehr überzogen, äh, alles, ähm, ich wollte es nur noch reinbringen, weil das ist so eine schöne Anekdote eigentlich, ist das da irgendwie dieser, also es haben sich nämlich tatsächlich auch viele einfach auf dieses T-Shirt eingeschossen, das muss man einfach sagen und das ist irgendwie, ähm, vielleicht ein Thema allgemein mal für so eine Black-Metal-Folge, dass das ja in anderen Teilen der Welt ganz anders wahrgenommen wird, sowas, äh, als bei uns. Und warum das so ist, da kann man, glaube ich, sehr lange drüber reden. Das ist so, das müssen wir, ich glaube auch. Das wird so eine harte Folge, aber die müssen wir auf jeden Fall mal machen. Ja, definitiv, da habe ich auch total Bock drauf. Deswegen wollte ich das nur kurz anschneiden, wir müssen jetzt nicht, äh, lang und breit über diesen, äh, Menschen und was er vielleicht gesagt hat oder nicht gesagt hat reden, äh, aber weil wir gerade dazukamen, wollte ich es kurz. Ja, ja klar, das passt ja auch. Schon mal Antisern. Das ist ja auch, das zeigt sich auch nur wieder jetzt, unabhängig davon, wie der tickt, aber er mag prinzipiell Metal und macht Spiele und da haben wir wieder diesen, diesen Connex irgendwie. Ein Rollenspiel mit viel Gewalt. Ja, und ohne Fantasy, aber viel Gewalt und sehr, sehr eskapistisch, bisher sehr schnell in dieser Welt drin. Das ist alles sehr rau, sehr düster, also zu lachen, ja doch, zu lachen gibt es auch einiges, aber halt dann vor allen Dingen, wenn gesoffen wird, aber ja, gesoffen, das ist ja auch so ein Ding. Ah. Äh, die Geschichte, dann vielleicht als letzten Punkt, weil ich nichts Richtiges dazu gefunden habe, gibt es ganz, jetzt mal abgesehen von diesen Promosongs, gibt es eigentlich so richtige Metal-Songs über Spiele? Also mir sind nur irgendwie Bolt Thro und Die Bordery wegen Warhammer und Warhammer 40k eingefallen, aber ansonsten nicht so richtig. Nee, nicht, würde ich jetzt auch sagen, nicht so richtig, aber nicht, dass du noch Warhammer 40k einwirfst, da wollte ich nämlich auch noch kurz rein, passt nur bedingt zu spielen, aber es gibt sie auch in Spielen, bei Warhammer 40k hast du ja diese fantastischen Noise-Marines, die den einen Chaos-Gott anbieten, die quasi mit E-Gitarren Schallwellen verschießen, oder Lärm verschießen, um Gegner zu töten, fantastisch und die gibt es unter anderem auch in dem einen Dawn of War Add-on, deswegen passt das so ein bisschen rein. Okay, das habe ich wiederum nicht gespielt. Da ist aber auch wieder diese Kombination des Dawn of War Retribution und weil es ein fantastisches Spiel ist, die Dawn of War Reihe, allgemein fantastisch. Und diese Noise-Marines sind einfach so wunderschön Metal, die halt wirklich, ihre Münder werden zu Lautsprechern und ihre Gewehre werden zu komischen E-Gitarren und dann verschießen sie Lärm und töten damit qualvoll ihre Gegner. Also mehr Metal geht doch eigentlich nicht, oder? Das ist echt the pinnacle of Metal in Games. Ist das, also ich bin nicht drin, waren die, also sind die auch in der Lore so oder ist nur in dem, äh, äh, Dawn of War. Nee, nee, die sind in, äh, in der Lore, jaja, die Noise-Marines, äh, sind ein, äh, Ding in der... Das weiß ich aber auch, dass sie mit, mit, äh, E-Gitarren Leute kaputt machen oder mit an Gitarren erinnernden Waffen, das war die Frage. Ja, sie sind nicht direkt E-Gitarren, aber es sind irgendwie so aussehende Blaster, die auch, äh, Seiten haben und so, also das hängt immer ein bisschen von der Edition ab, in der man sich gerade bewegt, ähm, aber da können wir auch mal ein Bild mit rein setzen und gerade in der ersten Edition, da ist das wirklich eine E-Gitarre, also, kann man nicht anders sagen. Ach, guck an. Ja, das ist, das ist, das ist, das ist ziemlich Metal. Das ist nämlich Fantasy und Gewalt. Ja, und das, äh, Bulls Roar, du hast sie ja schon genannt, äh, sich irgendwie stark auf Warhammer 40k versteift haben, ist ja auch kein, äh, Zufall, also, es gibt da, glaube ich, kein brutaleres Weltraum-Fantasy-Irgendwas-Szenario als Warhammer 40k. Okay, also, mehr geht ja nicht. Ich glaube es auch nicht. Bands ist spezifisch auf Spiele, da würde mir jetzt noch einfallen, ähm, Pentakill, die machen das für League of Legends, die Songs. Ach, stimmt. Weißt du mal von denen? Ja, also, diese MOBAs sind ja alle völlig an mir vorbeigegangen. Ja, ähm, ich hab nur ein, zwei Spiele davon gespielt, äh, einige Male, aber das ist mir jetzt so eingefallen und, ähm, von, ähm, wenn wir jetzt bei MMO sind, würde mir jetzt einfallen, Elite-Tone-Chief von World of Warcraft. Auch, äh, World of Warcraft ist völlig an mir vorbeigegangen, deswegen kann ich dazu leider auch nichts sagen. Äh, ich hab mal die Brita gespielt und fand's da schon furchtbar, aber das ist... Nee, das sind halt, ähm, Bands, die halt für gewisse Musik, also im Spiel, ähm, einfach nur Musik machen. Die haben jetzt im Spiel überhaupt nichts zu tun, die machen einfach nur für Videos die Musik dazu. Aber da fällt mir nur, äh, hier der, äh, Jan Hegenberg ein, der da eine Zeit lang sehr berühmt war in, äh, den deutschen Spielerkreisen und die Songs sind ja teilweise auch nicht unrockig, muss man sagen. Und teilweise... Mit seiner, mit seiner Gitarre halt, ne? Ja, ja, also teilweise knallt es da auch ganz ordentlich, also da hast du auch wieder die Verbindung. Aber wir haben auch damals, ähm, zu Counter-Strike-Zeiten oder so, da haben wir eigentlich fast immer dann irgendwelche Metal-Sachen im Hintergrund laufen gelassen, äh, wenn es nicht gerade darum ging, auf jeden Fall zu gewinnen. Und das war bei mir selten der Fall. Ich hab eigentlich mehr gespielt, um Spaß zu haben, als um zu gewinnen. Ich weiß, ja, für einige gehört das zwingend zusammen, für mich nicht. Ähm, aber sowas lief da irgendwie immer und ganz viele, die ersten Frag-Videos, ich glaub, ich hab Nightwish tatsächlich damals über so ein Counter-Strike-Frag-Video kennengelernt. Und das hat wunderbar gepasst, auch wenn Nightwish jetzt nicht die härteste Mucke ist. Aber hat gepasst. Oh, darf ich kurz ein Off-Topic erzählen? Zum Thema Nightwish. Ich war ja am Samstag, äh, auf einer Party der Landjugend Hardemarschen. Au. Das klingt so schlimm nach Cola Corn, wie's war. Und, äh, ja. Der DJ, der hatte irgendwann, äh, irgendwie richtig gut im Tee und es muss so kurz vor vier gewesen sein. Und er hat, äh, Over the Hills and Far Away in der Nightwish-Version rausgehauen. Und bis dahin halt wirklich nur so ein 90er Schlager-Jumpstyle-Scheiß. Und das war sehr, sehr lustig, wie die Leute dann geguckt haben. Die haben einfach weitergemacht. Die haben gar nichts mehr gerafft, was es eigentlich... Also, das war auch egal, der hätte Bibi Blocksberg spielen können. Ja, das war fantastisch. Ich war ziemlich nüchtern. Und, äh, stand da... Was? Stefan? Ja, ich hab ja Antibiotika genommen und deswegen nur zwei Bier getrunken und alles, aber, äh... Ja, da geht's ja schneller, dann muss man weniger bezahlen. Ja, das wollte ich ja nicht. Aber anyway, das war sehr, sehr lustig, wie da einfach der Nightwish lief. Und ich dachte mir, ach, Nightwish, nett. Und, äh, die Leute, die vorher noch, ich glaub, zu irgendeinem wirklich deftigen Jumpstyle rumgesprungen sind, haben dann da einfach weiter mitgegrullt. Das war sehr, sehr lustig. Okay, Off-Topic Nightwish haben wir damit auch. Und der DJ war sehr, sehr besoffen. Das war doch ein bisschen lustig. Das klingt... Na, schön. Das war sehr, sehr lustig. Ich will jetzt mal den Spielverleiber machen, höh, höh, äh, und sagen, dass wir schon jetzt weit über die Stunde hinaus sind, haben wir noch irgendwas total Wichtiges, was wir noch gar nicht angesprochen haben? Äh, also man könnte jetzt natürlich auseinandernehmen, welches, äh, Tony Hawk oder welches Need for Speed den besten Soundtrack hatte, das lassen wir aber. Oh, Need for Speed, da hab ich gar nicht aufgeschrieben, aber da sagst du was, äh, diese, äh, äh, als diese, äh, die Underground-Teilen waren. Ganz genau. Und Most Wanted. Underground und, äh, Most Wanted. Genau, ja. Zum Beispiel, zum Beispiel waren das der Master Dawn-Bullet von My Valentine dabei. Ja, also das war allgemein so eine schöne Alternative-Nu-Metal-Sammlung auf, äh, den, den Platten teilweise. Das waren echt gute Soundtracks. Aber jetzt kommen wir an das, was Stefan eigentlich sagte, was wir eigentlich gar nicht unbedingt machen müssen. Ne. Ne, du kannst es sagen, bei FIFA gibt's natürlich auch tolle Soundtracks, aber ich hasse FIFA. Ja, insofern. Ja, vor allem, ja, FIFA hat manchmal irgendwie so ein Korn, aber es ist einfach auch sehr bunt gemischt, während die Need for Speed halt zum Beispiel echt einen Fokus auf, äh, Hip-Hop und Metal und die Kombi daraus gelegt hatten, zeitweilig, ne. Das war schon coole Soundtracks. Ja. Das stimmt. Allgemeiner in Schwimpf. Ich sag nur Flatout 2. Ja, oh, ja. Rise Against, Rob Zombie, Wolf Mother, Papa Roach. Ja, ja, stimmt. Das war auch ein starker Soundtrack, Flatout 2, ja. Das war auch eine Reihe, die genau wie Need for Speed danach leider sehr gegen die Wand gefahren wurde. Naja, aber. Ja, aber ich glaub, wir kommen jetzt in dem Bereich. Also meine Notizen geben nicht mehr viel her, nicht zumindest, was wir nicht schon irgendwie gehabt hätten. Ne, also ich auch nicht. Also wenn er nur, halt ich jetzt nur so, ähm, wo der Metal-Einfluss drin ist, also jetzt von keiner Band, sondern von den Entwicklern selbst, ähm, zum Beispiel wären das Devil McCry 3, ähm, Painkiller. Ja, ja, stimmt. Ganz eindeutig. Aber Devil McCry ist auch ein schönes Beispiel eigentlich, ja. Ja. Dann, ähm, was ich glaub ich schon erwähnt habe, ich weiß nicht ganz so ganz, ähm, Halo 2, erst mal das Soundtrack, dass dann der, äh, Gitarren-Riff da mit auf einmal reinkommt, von dem Haupttitel der Song. Ja. Und dass da auch, äh, Breaking Benjamin ja mit, äh, ähm, ähm, einen Song dargelassen hat. Blow me away. Ach, stimmt. Ja. Halo ist wieder so eine Reihe, aber wie gesagt, ich bin auch kein Konsolen-Kind, deswegen hab ich die, ja, nicht. Was? Ich fand, Halo 1 ist ein gutes Spiel, bis diese furchtbare Flood kommt, das ist genau übrigens wie Far Cry 1, wo wir dabei sind, da wird's ab den Mutanten auch scheiße. Ähm, ich fand's total überbewertet, ähm, aber wenn wir jetzt doch so nochmal zu den Soundtracks gehen, ich find, einer der fantastischen Songs, der mal in Metal-Art gemacht wurde für ein Spiel, ist der Hellmarsch aus Command & Conquer. Ja, Hellmarsch 1, 2 und 3 von Frank, ähm, ähm, Gott, wie heißen der? Dingsda Bumms, genau. Frank Klepacki. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, ihr könnt mich dafür ausbuchen, aber so heißt der nette Kerl und, ja, der hat recht coole Dinger gemacht. Ja, also das waren echt auch gute Soundtracks und gerade der Hellmarsch, also, der ist richtig schön, ja, das ist so ein bisschen Industrial Metal, könnte man vielleicht sagen, ne? Ja, ja, doch. Finde ich, doch, das Riffing und so ist schon ziemlich Industrial-mäßig und passt natürlich auch wie Arsch auf einmal dann in diese Welt her, ja, also voll. Also, ich hätte jetzt noch zwei weitere, die ich noch raus... Hau raus! ...möchte. Bitte. Ja, hau doch mal. Und zwar einmal, ähm, Splatterhouse, äh, da wurde ein normaler Typ in einen Monster verwandelt, der nach Rache sehnt, mehr oder weniger. Oh, das ist auch sehr Metal. Ja, und da wurden, ähm, Titeltracks von Mastodon und Lamb of God, ähm, sind dabei in dem Game. Das sagt mir gar nix. Hast du es gespielt, oder, äh... Nee, ich hab's nicht gespielt, ich hab's recherchiert. Okay, hab ich leider auch nicht gespielt. Und dann, und dann auch so, auch, äh, Richtung Doom, also ein Ballerspiel, äh, ist Killing Floor. Ja, stimmt. Ja, das hab ich gespielt, ja, tatsächlich. Und da ist er, äh, definitiv sehr, sehr krasser Metal-Einfluss drin. Ich meine, Brutalität, Metal, was wir schon angesprochen haben, ähm, da sind Bands dabei, also von denen hab ich auch nie gehört, oder sonstiges, eventuell Demon Hunter. Ja, die kennt man noch. Sind die nicht so christlich? Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaub, ich mein, ich bin, vielleicht verwechselt die nicht, aber ich meine, das wäre eine explizit christliche Band. Das, äh, gucken wir nochmal nach. Ja, das, das war diese Metal-Core-Truppe. Die sind, ja, ich glaub, die, die sind so ein bisschen christlich unterwegs. Ich glaub, die waren... Christliche Band, christliche Band in einem Shooter, kann ich mir grad jetzt nicht... Ich find's auch schwierig, aber vielleicht ist das dann auch ein Fall. Wenn es geht, Dämonen zu jagen, dann ist das doch voll der Auftrag, oder nicht? Oder es wurde halt einfach weglizenziert und der Band war's egal. Oder die weiß es nicht, oder wie auch immer. Bei Killing, ja. Bei Killing, ja. Da war dann auch noch Bands dabei, wie Living Suffering. Kech nicht. Und, ähm, Impiring Doom. Okay, dig. Dann aber auch so, ja, das sind aber so Core-Bands, also brutale Core-Bands, kann man fast sagen. Aber man hört eigentlich nur instrumental in den Game von diesen Bands als stimmlich. Und das find ich sehr, sehr super. Ja, das macht aber auch schon deswegen Sinn, weil man sich... Also, ich hab Killing vorhin nicht viel gespielt, aber es macht ja schon Sinn, sich abzusprechen. Und wenn dann die ganze Zeit einer noch dazwischen sappelt in der Musik, ist das vielleicht auch nicht so hilfreich. Aber grad so Metal-Core-Geschrabbel von so einer Band wie Demon Hunter passt natürlich wunderbar in diese Atmosphäre von diesem Spiel rein. Ich denk, es wär auch schwierig, da Vocal-Spuren in so einem Soundtrack passt ja auch irgendwie nicht. Nee, also Soundtracks sind ja allgemein immer sehr gerne rein instrumental. Ja, oder mal maximal irgendwelche atmosphärischen Chöre oder so, das ist ja was anderes. Also, naja, hab ich alles nicht gezockt. Dann haben wir es jetzt aber, oder? Also, ich muss leider ein bisschen auf die Zeit achten. Ich habe noch nichts gegessen. Und wir haben schon sehr viel erzählt. Ein kleines Fazit wäre vielleicht so ein bisschen, dass wir wieder lieber mehr Spiele wie Brutal Legend hätten, in Klammern ohne den Strategie-Part, und weniger von diesen Lizenz-Gurken. Oder Far Cry 5 mit einem Metal-Sender. Und das ziemlich auf der Hand liegt, warum... Bitte? Oder Far Cry 5 mit noch einem Metal-Sender. Ja, zum Beispiel. Und dass es halt stark auf der Hand liegt, warum das in vielen Fällen so gut harmoniert. Das möchte ich nur noch schreiben. Und da möchte ich nur sagen, Lars, sehr, sehr, sehr cool, dass du dabei warst und dich bereit erklärt hast, auch das Kleingeschriebene mitzumachen. Ich hoffe, du hattest es irgendwie auch... Das war für mich ein bisschen überraschend. Das war auch nicht geplant. Darauf geachtet. Nee, es war wirklich nicht geplant. Es war auch überraschend. Es war auch für Stefan überraschend, möchte ich sagen. Ganz genau. Unangesprochen einfach gesagt. Unabgesprochen. Das ist ja eine gute Idee. Ja. Es hat mir sehr, sehr Spaß gemacht mit euch, über dieses Thema hier zu reden. Ich freue mich auch schon sehr, sehr auf die Barbecue-Susse. Ja, die muss ich noch in den Versand geben. Deine Adresse habe ich jetzt, ja. Aber halt, stopp. Möchtest du die unterschrieben haben oder nicht? Es ist noch deine Entscheidung. Ich organisiere den silbernen Edding. Ah ja, stimmt. Hat er gesagt, ne? Unterschrieben. Gerne. Ja, machen wir. Das geht los. Ja, auch ich möchte mich dann ganz herzlich bedanken, sowohl bei euch beiden fürs Mitmachen als auch bei allen Zuhörern, für die doch, über die doch sehr lange Strecke, die wir jetzt aufgenommen haben. Ja, ich fand, das war eine schöne Folge. Vielleicht ein bisschen wirr, was vielleicht auch daran lag, dass ich nicht immer alles von den anderen beiden gehört habe. Same. Das macht es vielleicht ein bisschen schwierig. Da müssen wir noch ein bisschen dran feilen, vielleicht für die Zukunft. Aber, äh, ja. Passt. Ich sag, danke fürs Einschalten. Ja, genau. Danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Speak Metal, der Heavy Podcast. Lars sagt tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020